So, wir fahren, wie vorhin auch, 3 auf A und 3 auf wieder auf C. Fuchs, fahr mir wieder auf C aus und rum, Fuchsi. Oh, da kann ich richtig... Da halt ich... Ich hole meinen Waffenträger mit und dann stelle ich mich in den Schatten. Ja, stelle ich, stelle ich, stelle ich mich in den Schatten. Wer fährt mit, wer fährt mit auf C? Ich fahr mit euch. Achso, ich fahr auf A. Gut, also Feuerfalke, Fuchs und ich. Wo hin? Gleiche Strecke wieder. Ja, wir fahren wieder hinten runter, ins Loch. Let's go ins Schwarze. Der Clan heißt WC. Rechts, äh, links rum, Jungs. War Thunder Family. Die anderen 3 hier fahrt auf A. Ja. Und du nimmst in der nächste Runde mal einen gescheiten Panzer, den zu der lahme Rotzkurke. Ja, genau. Der ist hier, der kann sich erziehen. Hey, der mit so einer Rotzkurke hier. Ich glaube nicht, du. Ich glaube nicht, du. Ich weiß, was ich mit dem Ding hier für eine Vergrößerung habe. Da kann ich dir einen, den Boten hinten auf deinem Auspuff vorgucken. Ja, bist du da hinfährst, wo wir hinfahren? Ist Weihnachten. Er hat auspuff gesagt. Oh, Katalysator, wo kommst du denn her? Mal gucken, ob die das auch checken. Die anderen haben es nicht gecheckt, dass wir von rechts gekommen sind. So, ihr zwei Stuckis, die fahrt mit mir da oben rum. Jetzt zeige. Felix, sag denen, wo sie hinzufahren haben. Ja. Wir zwei, wo es hinten sind, hinter A. Wir fahren jetzt hier oben rum. Dödlich A. Und dann erstmal die Verteidigungsschnellung. Jetzt sehe ich doch nichts hier, dass hier was rumkommt. Und ihr drei müsstest mal Richtung C kommen. Ähm, scheiße. Fuchs. Ja. Pass auf, dass du keine Bäume umfährst. Egal wie. Fahr so, dass du keine Bäume umfährst. Sag genau der Richtige. Der Baum ist mein Freund. Der Arm ist mal echt geblieben. Alte sehen die den Bestand da und die Nase manzen? Ja, man wird das kaputt anziehen. Da wird der Arsch nicht so breit. Und man diese breitarsch. W. Artillerie! So, jetzt könnt ihr gerne einen... Ist sehr offen hier. Jetzt können wir hochfahren da. Mal gucken, ob wir Glück haben. Wollen wir nicht so die letztens wieder da reinfahren? Ich sehe keine Flieger. Nee, voll Grund. Das könnten voll Grund sein. Ah, hier ist was, Jungs. Einer weg. Kopfschuss. Kopfschuss? Ja, Turm bis Kopfschuss. Stell dir vor, der Panzer ist ein Mensch. Kopf bis Fuß. Flieger, 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 ist unser, oder? Eine Stellung hier, ey. Oh, bergauf bin ich so langsam. Elf, komm, hau. Ups. Komm, ah. Da kommt noch einer, Jungs. Da kommt noch einer. Wo ist die? Seht ihr den? Negativ. Wir haben griechisch. Da steht noch was troll auf. Er hat geschossen. Da steht noch einer. Da steht noch einer. Ich wollte schon sagen. Da stand was. Aua, meine Kette. Ich muss zuerst nochmal zielen, genau. In der Ruhe liegt die Kraft, sagt die Konfuzius. Ja, nicht über... Ah, der tut nochmal da hinpingen. Jawohl, der Flieger bearbeite Gegner. Das ist doch jetzt über zu fahren. Nein, wir fahren nicht drüber. Wir warten erstmal, bis da noch ein paar Troonen sind. Guck, ich mach Auto aus. Der hockt noch in seinem Auto drinnen, da vorne, den ich getötet habe. Ja, ich weiß, ich war böse. Wir schaffen das. Die haben nicht mehr viel. Die haben nur noch vier Leute. So einer ist bei uns auf jeden Fall noch. Zwei zu viel. Du musst mir sagen, wenn du los hinfahren möchtest. Ich fahr den hin. Ich fahr nur da mal weg, da ich da was sehen kann. Ich habe einen Pink von 260... Ui, ui, ui. Ja, ich habe auch einen 380er. 380er Pink. So lange wir keinen 990 haben. Folgen wir mal da. Wer ist denn bei mir noch? Ich glaube da kommt einer gleich hier. Ja. Hat ihr euch beschwert? Ich fahr mit Zinkermarkt bei euch auch. Achso, stimmt ja. Der ist auch noch hinter uns. Ich rücke von Stellung zu Stellung vor. Wenn du bei uns bist, fährst du mal Richtung C. Du bist unser, ähm, Versuchskaninchen. Ganz genau. Am Arsch, ich habe die dickere Kanone von uns zwei. Aber du hast, du hast mehr Blech wie wir. Ja. Geht schneller kaputt. Ich schieße da hinten, gewaltig. Was ist mit euch drei? Könnt ihr mal noch B vorrücken da unten? Ja, wir müssen uns antasten, weil da wege Snipern. Verstehen sie das? Ja, genau. Sie ziehen sich. Warte mal, ganz langsam mit. Wir müssen den rauskriegen da hinten. Ich glaube da ist einer an der Art. Ich glaube es sind zwei auf B. Zwei ist ein auf B. Ja. Artillerie. Aber wir sind zu dritt. Ah, hier, hier. Hab ihn griechisch. Der Turm ist raus, die könnten weg machen. Das ist noch einer, glaube ich. Vorrücken. Alter, sah der aus. Ja, die Flieger machen uns den guten Blotscheid in den Job. Ja, wir greifen an, komm. Zugriff auf B. Zugriff, Zugriff. Alleine muss reparieren, das ist griechisch. Das ist griechisch? Wir können C holen, da ist kein Mensch. Alle bei uns da oben. Oder war er gerade? Sein Rohr gesehen. Ach, hier ist irgendeiner. Ja, hier, hier. Direkt wo ich hinschieße. Der war rechts von mir. Gibt's das jetzt? Komm, Hintertörcher. Kopfschuss. B haben wir. Ja, aber bei uns das auch. Einer lebt noch. Ach, hier ist er. Links neben mir. Okay, der ist schon tot. Sehr gut. Passt. Nice. Das haben wir. Fritz hat echt gut gebombt, du. Ja, haben wir alle, oder? Ja. Drei Ziele hat er rausgeholt. Nice. Was? Opa. Aua. Ich hoffe, die können wir anschließen. Ja, das sind die Flieger, die schießen auf uns. Die eigenen. Die haben Bock. Die haben zu wenig gericht heut. Ich muss nicht mehr füttern. Ah, sechster. Ey, ich bin fünfter. Ey, das geht. Das geht voran heut. Ich bin vierter. Ich fahr auf C. Ich fahr auf C. Fuchs, komm mit. Okay. Der lahmarsch fährt mit uns mit. Ja, ja, leck mich. Nix lahmarsch. Ich fahr mal auf A. Ich fahr auch mit auf A. Nimm dann Leo wieder mit. Wir zwei sind schnell. Wir fahren auf C. Ja, ne? Oh mein Gott. Wir machen... Ja. Alle drei fahren auf A. B fahren wir gar nicht hin. Das war die Flieger. Wir machen jetzt Team A. Team... Team A und Team B, oder? Ja. Okay. Ich hab jetzt mal ne Wildsau. Also Fuchs ist bei mir und der Ganscher, Kalli. Ja, ihr drei bleiben zusammen und der andere A. Ich bin der Letzte. Nein. Wieder von Helsing. Ich hab Gummibub. Ich hab bisher noch nichts außer... Achtung, Flieger! Achtung! Eigentliche Flieger in der Luft. Danke! Danke! Immer richtig! Jedes Mal bin ich derjenige. Warum? Steht da mein Name ohne Glück? Du bist ein Bomber, Mann, ey. Ja, Jacqueline liebt doch Eier, hab ich gedacht. Nein, ich hab kein Eier. Ich geh jetzt hoch und pissen. Sein armes Herz. Es ist einfach zum Platz. Immer bin ich derjenige. Aber der Flieger kommt auf uns jetzt zu. Fuchs, jetzt musst du zwei Kids machen, gell? Jetzt musst du mal an meiner Stelle. Okay. Ich probier's. Da ist ein Event, äh, Funz. Okay, wie gehen wir vor, Feuerfahrerkörer? Warte mal, bevor der Bomber jetzt schon wieder zurückkommt. Oh oh. Ich hör den nämlich schon. Ich hab's in die Wand. Oh, hab ich ein Glück. Da ist er doch. Ich hab ein Glück. Repariert mich mal. Obwohl, ich hab's gleich. Oh, aber die sind schon bei C irgendwo. Äh. Ja, ja. B, ja. Also wenn wir A haben, dann müssen wir halt irgendwie hier rumfahren. Und dann südlich oder nördlich von A, ja. Am besten will ich vom B rangefahren. Der hat einen Crit. Der Flieger? Ich glaub, der kommt schon wieder, ey. Der, der da hinten unten, da auf C steht. Der muss reparieren, äh, sein Turm. Ganz ist kaputt. Das ist. Sauber. Warte mal, das ist tief. Wir kommen jetzt Richtung WC. Der ist irgendwo dahinter. Unter diesen Wänden, wo ich hinschieß. Da ist noch einer. Und der ist kaputt. Jawohl. Aus der Hüfte rausgeballert. Schön. Ähm, der Typ, der steht ja immer noch dahinter. Ich seh sein, äh, Ding. Ja. Kack verfluchte Bomber, ey. Geil. Ich hab ihn noch mal versucht zu gritten, aber das ist gut. Das ist gut. Ah, scheiße. Ich hab gerade Feuer. Kommt ihr bei A? Wart auf euch. Ja. Da kannst du jetzt über 20 Sekunden warten, weil meine Ketten schon wieder weg sind. Achso, weil ich Bombe, ne? Weil Bombe, genau. Oh. Unsere Flieger sind da, die hauen ihn schon weg irgendwie. Ach, come on. Ah, dann holen wir uns B. Wir haben sie noch. Das man aber auch keine Kettenspuren seht. Mh, auf Steinen schlecht. Ja, wegen was sieht man schon, oder? Ja, ich sehe auch. Die Kettenspuren höher machen. Okay, Einstellung. Na, da hatte ich rechts eine von mir. Und ne Bombe. Aber nicht auf mich. Oh. Du hast ihn von Helsing getötet. Ich sehe null. Einfach echt null. Aber sind doch kein Nachkaufen. Ja, einer auf B drauf. Warte mal. Ach, B ist frei. Ach, Mann. Ich habe ihn nicht durch ein Schild gesehen. Ach, der schon wieder. Ah, der müsste was kommen gleich auf B. Ich kriege Artillerie. Guck mal zwischen B und C nach. Vielleicht kommt da was. Auf C sind auf jeden Fall zwei. Hinter mir! Hinter mir! Draußen! Hier! Aaaaah! Lass mich! Uh, der hat geschossen, glaube ich. Ja, dann bleib stehen, ziel und feuert. Ja, ich muss ihn flankieren. Frontal bin ich nützlos. Fahr richtig knapp gerade, ey. Na, einfach versuchen zu überleben. Ja, ich helfe euch. Ich komme von links. Die kriegen wir jetzt. Was? Wo ist der jetzt? Ah. Da ist hier. Ja, ich weiß. Ich habe ihn schon gekauft. Oh, da ist ein 2. Hier ist ein 2. Aber ich fackel ihn an. Ah, der bleibt das mal stehen. Da kann ich es nicht mehr machen. Er brennt. Jawoll. Ich hab's gebrannt. Ist da noch einer? Hinter mir, ja. Komm. Achso, das ist der... Ach, du bist der Haus. Fuck, das bist du. Ja, bei C ist der letzte wahrscheinlich. Ah, wir haben's. Ja, das ist so ein Prieter. Müsst ihr auch passen. Ich gebe keine mehr. Gut game. Ich hab nicht so schnell runterlaufen. Na, lass ihn kommen. Ja, Jacklin, verpasst grad was. Mhm. Selber schuld. Wieso? Mööö. Ich verpasst gar nichts. Hey, wie quenning grad, Jacklin? Ich bin die ganze Zeit da. Ich hör jedes Wort. Ja, gute Nacht. Ich hab schon gedacht, du hättest das nicht gehört, wenn wir jetzt hier über dich herziehen. Und Jacklin, ich musste grad für dich weiterführen. Und es führte zum Sieg. Hahaha. Du bist stolz auf mich. Komm mal raus. Okay. Du hast einfach nur deinen Job gemacht. Äh. Der Flieger war solizidgefährdet. Let's geht's los. Weck den Pascal, der schläft sonst noch ein. Hahaha. Also, ihr drei fahrt auf B, nicht auf A. Ja, ihr drei. Ihr alle drei. Und wir zwei, wir fahren auf C. Wir fahren auf C. Die zwei halt. Weil A ist wie der Stadt gemetzeltes. Ja. Das ist scheiße. Lass es irgendwie anders denken. Ihr müsst B halten, wenn die von A runterkommen, dass ihr von B die weghaut. Du meinst hochkommen. Mir egal, ob die hochkommen oder nicht hochkommen. Ach scheiße, ich hab ja gar keine Dachdraugen hier. Haha. Wollt schon mal eine Dachdraugen anmachen? Dann wird ja alles grün. Ich hab jetzt mal einen M60, der ist richtig gut. Und weg ist er. Und da ist er wieder. Flieger. Und da ist er wieder. Hey, wenn der mich jetzt raushaut. Ich werd wahnsinnig. Heute bist du wieder dran. Wo ist der Flieger? Ach da. Uh, tief. Hey. Hahahaha. 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 Check, check. So, jetzt gehts wieder. Das ist wie cool. Die haben dich auf dem Kika. Ja. Die haben die Schnauze so langsam voll durch. Und die denken sich wo ist die Jacqueline. Die haben schon lange 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 Rumpen. Ja. Ich glaub die machen sogar so eine Art Event. Wer haut die Jacqueline am meisten raus. Hahahaha. Vor den Fliegern. Oh ehrlich. Ich glaub wir brauchen nicht. Ja voll die Gandhi preschen. Alter, was denn da los ey. Ich denk wir brauchen ne Maus. Noch ne Maus bei der. Bombe, ne. Ne. Überlebst du auch nicht. Auf gehts. Wir müssen jetzt weg hier. Bombs und Reis. Nächste Runde. Brauchen wir einen mit Made. Mach ich. Mach ich nicht. Mach ich nicht. Kann nicht machen. Ja. Ja. Nächste. Noch ne Bombe hat der. Ja. Sonst sind zwei draußen. Check den. Ich weiß warum das so ist. Weil die haben kein Bomber dabei. Die haben alle Jäger. Die müssen alle vom Flugfeld starten. Also die haben kein Airsborne wir. Ich hab eben gefragt. Haben wir keinen Airsborne? Ist auch die nein. Ah. Wir müssen auf etwa warten oder. Ja. Aber ist auch nix. Ja toll. Da kommt noch ein zweiter Flieger. Ja. Es scheint aber nur ein Jäger zu sein. Ja. Ist nur ein Jäger. Wir müssen aufpassen. Also kommen die immer mit einem Bomber und einem Jäger. Ja toll. Ich bin hier komplett offen. Bei B ist fast drin. Achtung. Drück langsam vor. Rechts müsste das sein. Ganschi. Ja fahr rechts an das Gebäude Fuchs. Er ist zu spät jetzt. Zu spät. Wenn ihr jetzt weg geht, sieht er nicht. Ich bin auch noch da. Ja. Ja. Der war halt doch vor mir. Ich war mir unsicher auf deinen Rastricht oder nicht. Hab ihn. Gut. Weiter. Vorfahren. Cap. Fahr hin ins Haus. Rechts. Rechts. Hinten auf die linke Seite. Fahr rechts. Dann bist du mehr im Schutz. Ah. Da ist er ja. Schön. Hab dich. Gut. Bleib da stehen. Stopp. Gut. Ich hab B. Pfle D. Jede. Links bei mir ist noch einer. Die Frage wo der lang fährt. Du hab nicht so viel fahren Fuchs. Ich guck schon. Der ist da. Warte mal. Wer ist der noch nicht. Der Linksraum Oh nie Oh Jungs, hier ist einer Komm, ich kann den wegmachen Oh, obwohl das Rohr ist besser Ich habe durch das Rohr geschossen Den Turm rausgeschossen Meine gerade ging durchs Rohr Ich glaube ich kriege einen Ständer Nix machen, schön stehen bleiben Mitbewegen Der tut nämlich permanent sich einhebeln Ab ihn Zwei Leben nur Oh der F60 ist geil Nix machen Ich guck ums Haus Ich seh wenn der losfährt Mach deinen Motor aus Mach deinen Motor aus Wenn du es kannst So Der brennt jetzt Ich glaube ich zum zweiten Warte mal Ich komm jetzt zu dir hoch Ja, muss auch passen Ich komm südlich Der steht genau auf der Straße Hinter mir ist auch noch einer Den habe ich jetzt nicht gesehen Verdammte Rotze Komm 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 Nein, ich kann nicht hinterschießen Ja und der Flieger kommt, ist gut Wenn ich wüsste was da wenigstens stehen würde Nee, muss reparieren Geht da was dickes Schwieres Oder was leichtes Ah shit, jetzt hat er mich Der brennt jetzt lang zum dritten Mal schon Ich muss meinen Motor machen, sonst kann ich meinen Turm nicht mehr schnell genug drehen Wenn der IS3 jetzt kommt Der ist tot Der ist geplatzt neben Fuchs, ähm, der letzte ist auf B Wo man geht das Aber ich würd, bleib einfach da Weil die Flieger machen das schon Obwohl es gibt den Scheiß Was haben wir noch an Panzer? Jack, Jack Link Warum bist du noch im Cap drin, oder? Ja Fuchs, ja Jetzt sehe ich nichts mehr wo du hingefahren bist Warte mal, halt, halt, halt Das können wir schaffen Bleib zurück Das können wir schaffen Weil es tickert für uns richtig schnell Das können wir sich glaube ich gerne mehr erobern, oder? Doch, ganz, ganz, ganz Jack Link, geh mal bitte hoch und frag mal ob die Bob holen können Da können wir ja defensiv bleiben Ja, wie viele Autos haben wir da noch? Einen noch Die haben doch keine Bob, die haben doch nur Jäger Ja, aber die können doch Bob mit tragen Ja Die müssen auftanken Ja, was soll ich machen? Bleib defensiv Bleib da stehen Okay, er sagt, dass ich hier stehen bleiben soll Ja, die wissen schon was zu machen Ja, die wissen schon was zu machen Warte mal, ich gucke mal Ja, der eine geht zurück, der Sturm, der holt sich Bob wahrscheinlich Er hat so einen Boben, äh, Anhänger dabei, wie das Ding heißt Aufhängung Genau Und er holt Boben, es ausschaut Der piekt als vor die Schinder, der wird jetzt wahrscheinlich gleich Und weh hochkommen Lade nach Warte mal, Strach, oder bleib mal stehen Fuchs Ich bleib stehen Wir haben noch ein Panzer, der ist in Deckung, ne? Ihr macht das da oben in der Luft, oder? Wir haben keine Munition mehr, wir haben ein Flugzeug, das vom Airfield zurück kommt Ja, und der bricht Boben mit Wir müssen aber den einen Panzer zurückhalten, den Fuchs Wenn der tot ist, dann haben wir nichts mehr, oder? Der Pferd auf der Straße hoch Fuchs, du kannst dich eventuell so hinstellen, wie du den auf der Straße kriegst, wenn der hochfährt Mit dem ersten Schuss Nicht auf dem Cap fahren Bleib einfach da stehen Beweg dich ganz wenig und hölle dich Klar, dass der dich sucht jetzt, der will dich töten Ich höre ihn, ich höre ihn schon Ich höre ihn, ich höre ihn schon Der kommt jetzt glaube ich auf seiner Seite Ich höre ihn, ich höre ihn, ich höre ihn Ich höre ihn, ich höre ihn, ich glaube ich kann ihn auch nicht schießen Nur schießen, wenn du sicher bist Hast du ihn? Ja Sehr gut Den hab ich jetzt gar nichts sehen auf deiner Ja, ich hab ihn gesehen, er ist ganz leicht an dem Bunker her hochgefahren Okay Er ist langsam und Gurke Sehr gut Nervau, Stahl, Unserfuchs Die haben noch was ромSI Auch da müssen wir Ah oh ok Die haben zu 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 Zpanel gefällt Norrgh die sind zu 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 Sorten um 16 Super Ja Ja Ein ungefähr Nein das ist ein Scheuß вроде mitelst ja Im Innerhalb von links oder rechts sie nicht nicht mitten durch das Es Elliott ja Ich würde links snipern, wo links her anfahren. Ja, dann gehe ich, also Chaplin und ich fahren dann rechts lang und vielleicht richten ihre Base und dann kommen wir von hinten. Aber ihr müsst ganz südlich fahren, also südöstlich. Und wir fahren links rum. Zangen im Beweg, ob wir denn die gleichen? Oh, vielleicht wollen sie diese Marache. Ja, das glaube ich auch. Ja, wir funktionieren das nicht. Und hier unten bleibt da, ne? Unter dem Berg. Ja, also wir bleiben erst nochmal hier unten. Oh, jetzt ist schade, jetzt sind wir auf das Kalender. Schnell hier runterfahren. Vielleicht können wir auch darüber fahren, wenn es geht. Das kann. Schnell hier runter. Jetzt sind wir sicher hier runter. Ich probier's. Du bist sicher, ich noch nicht. Wir können das so machen, dass wir drei auf die drei, wir loggen sie auf uns und ihr zwei kommt von der Seite. Ja, das hatte ich ja vor, so meinte ich das ja. Ich glaube, wenn ich das anders betromme. Ja, nö, das ist genauso. Wir sind auch mal, die dass ihr selber vorhaben. Dann können wir das Neibern von da aus. Du musst die Augen aufhalten. Benutze das Fanglas, Fanglas ist kotzenlos, sagt 2. Aber geil schön. Dafür habe ich dich dabei, du hast doch junge Augen, ich habe alte Augen. Da unten fährt was lang. Ein Fickers. Was? Die Wall, Herr Vickers. Ein Snackers. MK7, oder? Das ist stattdessen hoch. Oh, griechisch. Der steht. Ich würde sagen, wir gehen da hinten hin, oder Jacklin? Ja, wir dürfen nicht so weit hinter fahren. Ah, zu niedrig. Ah, komm, wir müssen fahren. Jawoll. Das ist da. Fahr nicht weiter höher, Kali, gell? So ist gut. Ping nicht so viel. Ping nicht so viel, du denkst, die Flieger da ist Panzer. Ach so. Aber hier ist gut, hier ist so ein kleines Tal, da können wir gucken. Ja, warte, 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 von vorne irgendwo. Wo? Ich habe keine Ahnung, ich habe nur ein Hit von vorne reinbekommen. Ah, da, 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 hier oben sind sie. Das ist ein M60. Ihr macht mir nach. Hier, da oben steigen sie. Oh, da kommt noch einer. Ich hätte froh, dass es ein Abpraller war. Wenn es ein Abpraller gewesen ist, bekommt ein Beschuss von irgendwo von da. Dann ist es ein schlechter Schütze. Das könnte die Auwels sein, dass die schon außen ist. Mehr, mehr, ja, mehr links. Ja, klar. Das sind schon auf unsere Seite. Ja, der Auwels ist das. Ah, shit. Ich stehe zwölf Uhr vor mir, Wolfi. Genau vor meinem Ansel, zwölf Uhr. Ah, ich sehe ihn. Hier. Der Auwels geht wie auf den Sack, wisst ihr das? Ah, jetzt dürfst du einmal gewinnen. Ah, nein, 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 die haben sie nicht. Hier ist er. Links von uns, ja. Ah, Aubel. Nein, hat er mich. Ja. Das fühlt es sich nicht schön an. Na ja. Alter, Fuchs, bleib mal zurück. Da können die Flieger dann rausschießen, den Aubelchen. Aber jetzt stehst du auf. Da geht in der Bergstelle. Nein, da geht in dem Stein. Ist besser. Oh Gott, da fliegt er aus. raus er hätte man richtig geile bewaffnung hier die zu 11 die oder drei drei haben sie noch das könnte noch drehen wir haben noch zwei flieger vielleicht hat ein flieger noch irgendein bombe oder rakete oder irgendwas holen muss doch trotzdem aufpassen weil der typ der dich da vorne umgebracht hat der ob der irgendwo ja deswegen bleibt in einem stein der ist u11 also der sturm lebelle der haut gerade den panzer oben weg bei dir fuchs gegenüber er brennt oder direkt zurück der muss um aufmacht zu nehmen ich sehe nichts freundlich wir haben noch nicht mal gecappt das heißt ja die gewachen das schon bleibt da stehen packt dann krill aus ein bisschen viel rauch ja und krill im haus ein brenzlig so lange nichts eingenommen worden ist aus dem kalt kommen zu machen da stehen die nämlich noch hier die wohlwarten nur dass du rauskommst die wissen auch dass du die letzte hätten angetriebenes fahrzeug mit 15 jahren bist also der vorletzte ist südlich auf unserer seite und der andere ist bei dir westlich vom stein also auf angetriebenes fahrzeug mit 15 jahren sind wir gerade gleich von der punkte hemmens falls die zeit vorbei ist ja ich dachte schon da hinten schießt einer wo ist er da der panzer ja der flieger ist doch geil ey jetzt übernehmen die auch ja der flieger hat ihn gleich jetzt ist der ein ist weg da war dabei ist auch möglich noch okay der ist nicht mehr auf dem hügel wo du grad bist gegenüber jetzt könntest du eigentlich langsam richtung arsen fahren oder warte mal was ist da unten noch wie soll ich denn es wird zu sagen richtung weiß 288 fahren umgekehrt und dann richtung a ja du kannst angreifen der panzer ist weg kaputt ja oder der ist nicht kaputt der brennt nur aber der müsste ausbrennen normalerweise zunächst oder warte mal bleib mit dem panzer stehen noch einmal der flieger macht den letzten anflug der müsste nochmal was ausbrennen danach jetzt geht auf dem anderen drauf ok ne ja fahrt du mal südlich lang fahrt du mal südlich lang wo du herkommst da wo du hergefahren seid bei dem fluss bei unserem sporen da fährst du zurück du fährst die strecke nochmal zurück den laufenden hügel lässt du lieber mal aber fahr so wie das wasser fließt tief du kannst eventuell wenn du zurückfährst beim fluss entlang Richtung a fahren ja der kassalarm hat defensiv bald mehr am flug zurück was kommt da kommt ich bin defensiv bleib alles klar ja treibt der für 10 macht er ja er fährt zurück ok paar A ist weg das ist ausgebrannt der letzte ist da oben auf der hügel glaube ich boah das ist echt wieder so geile runde er ist richtig spannend ich schau mal auf der anderen fliege wie weit er ist und er kommt er kommt sehr gut er hat ne bombe mit dabei er ist 5 km du kannst aber Richtung a fahren schon mal also natürlichen fluss entlang hochwärts aber du musst den T gappen er bombt jetzt er bombt jetzt warte mal bei mir stehen fahr weiter ja was denn nun entscheidend bombe ist raus ja wir haben es glaube ich oder man haben wir es ja wir haben es nicht stehen bleiben wenn er den Räppchen jetzt nicht getroffen hätte läuft jetzt die Zeit weg fahr auf A fahr auf A falls das obwohl das schaffen wir es schaffen wir ah der die flieger sind so mega ey ne es wird nicht ich muss durch A fahren fahr gib Gas ne ne wir haben es doch jetzt sickerts traut ein bisschen ja ja übernehmen kann ich nicht also es gibt so eine Regel wenn die drei Balken von den blauen also von uns unter 3 liegt dann schaffen wir es nicht mehr oder ab 3 das heißt nicht ab 3 das heißt unter 1900 punkten haben wir verloren ok wenn es so genauer machen willst ach Jacklin was machen wir mit dir ja gut dann würde ich mal sagen lassen wir einen streamen für heute und ähm ja den Teil durch für das Video hochladen weil es sind wir letzten tausend auch mit so lange wie zu viel daten runterladen sondern ja bambusleitung ein bisschen ne schön dass ihr vorbeigeschaut habt dann sieht man sich beim nächsten mal wollt ihr was sagen ja wir suchen noch mannbuffin clan das auf jeden fall und wie gesagt an die drei leute ja gut ist unten im channel drin aber dankeschön ja fürs folgen und wir würden mal kanal reden es bringt ein wenig werbung wenn man was gibt sehr gut wir sind stolz auf euch danke ok es gibt gerade keine online ist ok dann lassen wir es heute gut dann bis zum nächsten mal bei freindy ciao